ja kannst du mir mal bitte die dose aufmachen ich kann nicht ich kann nicht ich kann nicht ich habe auch meine handtasche dabei und ich suche mal mein ich weiß nicht ob ich das brauche ich bin mir nicht ganz sicher aber warte mal ich suche noch aber mein fingernail abgerissen ich habe mein schminkzeug vergessen schatz das geht nicht schatz können wir jetzt bitte einkaufen gehen wenn ich schon nicht zu trinken krieg ich muss nach hause nee wir gehen jetzt einkaufen ich muss mein schminkzeug einpacken wir laufen jetzt los mach du mal auf ich habe durst ich kann meine fingernägel nicht kaputt machen ich habe auch fingernägel ja aber deine gehen nicht kaputt so geht das gucken ob ich trinken ohne dass mir die dose runter fällt definitiv länger als deine es geht kommst du klar ich weiß es nicht genau kannst du mal bitte das fenster zu machen dass mir jetzt aussteigen können ich kann ich mache jetzt ich kann das ding nicht drücken los lass uns einkaufen gehen gehen jetzt schön einkaufen und du kaufst bitte frischhaltefolie versteckt ich mache jetzt mal deine hände hände nie hol die raus raus los nee los los nein ich muss doch gleich alles holen gleich komm komm normal los was muss ich holen frischhaltefolie man muss sich holen frischhaltefolie Frischhaltefolie. Ja. Alter, hast du die Fingernahle abgerissen? Zeig mir deine Finger schon. Schatz, komm jetzt. Jetzt gibt es nicht zu lachen, Alter. Ich komme doch nicht mal in mein Portemonnaie ran. Musst du aber. Ich kann dir jetzt nicht helfen. Ich weiß nicht, ob ich meine Fingernahle abbringe. Hab ich. Gut, dann lass uns zur Kasse gehen. Also Schatz, ich habe mein Trinken. Und du? Ich komme nicht ran. Du hast doch dort ein Höckerchen. Ich komme ran, ich kann es nicht nehmen. Guck mal, wie fein das geht. Alter, was abgerissen. Kommst du klar? Nein, au. Komm, lass uns rausgehen jetzt. Ich laufe nur nicht rum. Guck mal, ne, meine Hand. Ich muss die irgendwie verstecken. Wann kannst du die nicht verstecken mehr? Komm jetzt, los. Vielleicht die beiden. Komm mal was. Ja, mit auch. Schick bist du, Schatz. Ich sitz. Das ist total. Das ist total. Das ist total. Zum Glück muss ich keine Pinn anbieten lassen. Das wäre mit den Nägeln gar nicht möglich gewesen. Ja, das ist das Gleiche. Schatzi, fertig? Ich war einkaufen. Na ja, klappt das. Zum Glück musste ich keinen Pinn anbieten. Das wäre mit den Nägeln gar nicht möglich gewesen. Tja, das kannst du mal sehen, hm? Glück, ja. Hast du das Glück gehabt? So, Schatzi. Ich mach dir mal das Auto auf. Kannst du ja mal den Kofferraum aufmachen mit Nägeln. Aber gelacht hat er trotzdem. Nicht lach hat er gegrinst. Guck, wie schön das geht. Übung macht den Meister. Ich hab auch ganz schön schlanke Finger, finde ich jetzt. Ach, tu mir deine schlanke Finger. Ich glaub, ich mach das jetzt öfter. Aber weißt du, nicht so bunt, sondern einfach nur mit Klarer. Dass es natürlich aussieht. Alter. Weil Natur ist viel schöner als so. Dann musst du aber auch so feilen, wie sie jetzt sind. Ja, mach ich. Machst du mal zu? Dann geh ich wieder. Das geht. Ich will das Auto nicht zerkratzen. Dann muss ich meine Nägel ab. Aber Schatzi, soll ich immer sagen? Ich muss um den Rossmann. Nee. Doch, ich brauch Haarfarbe. Nee. Jetzt ohne Scheiß. Ja, ohne Scheiß. Ich will ja wieder schwarze Haare haben. Aber wir hatten noch davon geredet, einmal einkaufen gehen. Warte, war ich jetzt? Ich war jetzt einmal einkaufen. Dann musst du halt warten. Das ist nicht fair. Okay. Schade, schade Marmelade. Ja, scheiße. Ich komm mit, komm. Wirklich? Auf geht's. Let's go.